Ulrich Manfred, Uli, Lommel war ein deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Seine Geschwister sind die Schauspielerin Ruth Lommel und der Kameramann Manuel Lommel. Leben mit seinem Vater, dem Schauspieler und Unterhaltungskünstler Ludwig Manfred Lommel, und seiner Mutter, der Schauspielerin Carla von Kleef, stand Uli Lommel bereits als Vierjähriger auf der Bühne. Da seine Eltern oft auf Tournee waren und alle drei Jahre umzogen, besuchte er bis zur Obersekunde zwölf Schulen. 1960 erhielt er ein Stipendium der UFA-Nachwuchsschule in Berlin. Dort gab er 1961 sein Debüt am Renaissance-Theater. Lommel erhielt auch als bald Fernsehrollen und spielte 1962 eine kleine Rolle neben Maria Schell und Paul Hubschmidt in Alfred Weidemanns Filmkomödie in Ich bin auch nur eine Frau. Die Rolle eines jungen Verliebten verkörperte er in der Literaturverfilmung Das große Liebesspiel mit Hildegard Kneff und Walter Giller in den Hauptrollen, wiederum Regie Weidemann, einen romantischen Jüngling an der Seite von Miriam Hopkins in Rasmayers Hollywood-Herotikomödie Fanny Hill und einen Nachwuchskriminellen in dem Kriminalfilm Maigret und sein größter Fall mit Heinz Rühmann, bei dem er erneut mit Weidemann zusammenarbeitete. 1967 ging Lommel nach München und spielte an der kleinen Komödie. Er lernte Regisseure des sich zu dieser Zeit in seiner Anfangsphase befindenden neuen deutschen Films kennen wie Peter Scharmoni, Rudolf Thome und Robert van Ackeren. Hauptrollen spielte er in Thomes Filmdrama Detektive mit Iris Berben und Scharmones Literaturverfilmung Deine Zärtlichkeiten an der Seite von Doris Kunstmann und Bernhard Wicke. Danach traf er Rainer Werner Fassbinder, mit dem er zwischen 1969 und 1977 an 21 Produktionen zusammenarbeitete. Fassbinder gab ihm die Hauptrolle des eleganten und eiskalten Gangsterengels Bruno Straub in seinem ersten abendfüllenden Spielfilm Liebe ist kälter als der Tod. Hannah Shigula und Fassbinder übernahmen die anderen beiden Hauptrollen. Noch im selben Jahr gründete Lommel in München seine Produktionsfirma Atlantis Film, mit der er sich an Fassbinders Euro-Western Whitey beteiligte. Ein Jahr zuvor, während der Dreharbeiten zu Peter Scharmonis Deine Zärtlichkeiten, hatte Lommel den Kameramann Michael Ballhaus kennengelernt und schlug Fassbinder vor, Ballhaus als Kameramann zu verpflichten. Ballhaus und Fassbinder waren von diesem Tag an fast unzertrennlich und drehten 16 Filme zusammen, bis Ballhaus 1981 nach Hollywood ging und Weltkarriere machte. Lommel entschloss sich nun dazu, auch als Autor und Regisseur zu arbeiten. Doch erst mit dem Kriminalfilm Die Zärtlichkeit der Wölfe, in dem Kurt Raab den Knabenmörder Fritz Hamann spielte, konnte er einen viel diskutierten Kinoerfolg vorweisen, der ihn zwei Jahre später auch nach Paris brachte, wo der Film über ein Jahr lang im Kino lief. Bevor Lommel 1977 nach Amerika übersiedelte, drehte er das Filmdrama Wachtmeister Rahn über einen Polizisten als Killer, die Filmkomödie Jodeln ist Karsünd, einen recht untypischen Lederhosenfilm, und den Erotikfilm Der zweite Frühling mit Kurt Jürgens und Eddie Konstantine. Die Filmkomödie Adolf und Marlene spekulierte über die Beziehungen zwischen Hitler und Marlene Dietrich und konnte erst nach dem Einspruch von Dietrichs Anwälten aufgeführt werden. In den USA lernte Lommel 1977 Andy Warhol kennen, der in dem musikalischen Drama Blank Generation und in dem Krimidrama Cocaine Cowboys Gastauftritte hatte. Mit Warhol kreierte er verschiedene Polaroid-Collagen, die im Januar 2010 in der Galerie der Aurora Bar am Beethovenplatz in München ausgestellt wurden. Nach dem Erfolg seines Horrorfilms The Boogie Man blieb er in Amerika und wohnte seitdem in den Hollywood Hills. Er drehte 43 Filme, zumeist Gruselkrimis, Abenteuer und Kriegsfilme. Mit seinem Actionfilm Warbirds kopierte er den Blockbuster Top Gun. Außerdem drehte Lommel in den USA mit John Carradine, Tony Curtis, Vera Miles und Kaya Duléa, Donald Plisas und David Carradine. Die Zusammenarbeit mit Klaus Kinski in dem Fantasy-Film Diamant des Grauens gestaltete sich indes schwierig. Mit Robert Fischer produzierte er die Dokumentation Fassbinder in Hollywood. 2004 erschien der von Peter Scharmoni produzierte halbdokumentarische Musikfilm Daniel, Der Zauberer, für den er, für viele überraschend, das Drehbuch schrieb und Regie führte und für den er auch in die Rolle des Zauberers schlüpfte. Im Dezember 2009 veranstalteten das Werkstattkino und die Stadt München eine 14-tägige Retrospektive seiner Filme. Im Januar 2010 erschienen im Belleville Verlag Lommels Memoaren, Zärtlichkeit der Wölfe, Begegnungen. Im Sommer 2013 ging Lommel für neun Monate nach Brasilien, um an diversen Projekten zu arbeiten. Er beendete die Dreharbeiten zu seinem Bio-Epic Mando Americana, schrieb ein Buch und machte auch einen Film über Campo Baia, das offizielle Camp der deutschen Fußballnationalmannschaft in Brasilien. 2016 begann er mit den Arbeiten an der Serie Boogeyman Chronicles. Im Sommer 2015 kam Lommels Buch über seine Zeit mit Andy Warhol unter dem Titel, Factory Made, heraus. Im Rahmen des Filmfests wurden die restaurierten Filmfassungen von Blank Generation und Cocaine Cowboys gezeigt, die Lommel zusammen mit Warhol Ende der 70er Jahre in New York produziert hatte. Zuletzt arbeitete Lommel an einer Verfilmung seiner drei Jahre mit Warhol unter dem Titel The Factory – Working with Warhol. Uli Lommel war in erster Ehe mit der Schauspielerin Katrin Scharke verheiratet. In den 1970er Jahren lernte er Anna Carina kennen, die Ex-Frau von Jean-Luc Goddard, mit der er drei Jahre zusammenlebte und drei Filme drehte. Die Komödie ausgerechnet Bananen sowie Es war einmal und Fassbinders Drama Chinesisches Roulette. 1979 heiratete er die Mobile-Eulerbin Susanne Laugh, die bis zur Trennung 1984 in den meisten seiner amerikanischen Filme die Hauptrolle spielte. Seit 2016 war er mit der deutschen Schauspielerin Tatjana Page-Müller verheiratet, die in seinen Filmen ab 2015 mitwirkte. Am 2. Dezember 2017 starb Lommel im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Berliner Friedhof Zehlendorf.